dann krieg ich den oben sieh auch noch oh man ach ich muss runter mit Daniel Doppel Daniel Daniel und Daniel Daniel Jaja Daniel Inc Menuh ist der einzige der einen Skin hatte in unserem Team oder überhaupt im ganzen Game schwarze Gürtel oder die er hat einen schwarzen Gürtel weißt du der kann sechs gehen mit einem schwarzen Gürtel scheiße wir haben Alistar und eine Katharina und wir haben Ash guck doch einfach an einen und wenn Kathar nicht in der Mitte geht naja ist es dass ich Katharina habe und naja ich weiß nicht wenn ich mich mehr freue bei gar kein so was höre ich mir ich weiß was hole ich mir auch oh scheiße ach wir machen ja 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 30 Sekunden bis zum erscheinen der Versammlung Achso. Daniel! 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 Warte, soll ich von hinten kommen? Ne, ne. Alles klar. Oh fuck, hilf dir! Äh, die wollen ganken. Weiße. Okay, fuck. Ah! Hol dir den gegnerischen Blue. Oh man, wieso rennst du rein? Alter. Ja, ne, hol dir einfach den gegnerischen Blue dann. Dann. Ist toll. Was hat das mit einem Moops? Ihre Seelen bitten um Erlösung. Was meinst du, Otcher? Ach, egal. Wir würden hier Skills bekommen. Ash und Cutter. Cutter ist nicht... Geht der Sion hoch, bitte. Ja, okay. Achtung! Daniel! 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 Ja, mach auf Ash. Auf Ash. Ja, ich bin fast tot. Du, was? Woh. Mit viel Glück kann ich sogar stun. Du hab' erst tot. Ja, Fash. Du hast dochat. Ich habe den Tod überwunden. Keil auf der Lenz, O.P. Ja. Okay. Ich habe den Tod. Sollte auch eigentlich keiner werden. Oh, pass auf. Nick. Nick. Ja, ja. Oh, hat das auch. Oh, fies. Das war mies. Das war mies. Drauf doch, drauf doch. Ja, der hat sein. Aua. Was ist denn? Oh, 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 oh. Nein. Geht nicht, dass er zu viel Schaden macht. Sorry. Ich bin rumelos. Wir dürfen jetzt hier nicht verkacken. Verkacken wir nicht. Wir haben immerhin Tierkits, also. Können sie auch positiv sehen. Ich glaube, es ist einer. Na, Katharina ist gefiedert. Sagt sie mir schon. Ja. Ja, Hauen. Ja, bei V-Ring. Ja. Oh man, das sind viel zu viele Minions. Ich komm gleich top. Ey, ich hab hier kein Problem. Es ist nur, der hat ein bisschen starke Vorstand. Hier sind so viele Minions. Ja, ja, ich komm trotzdem. Wenn du willst. Wenn du willst. Wenn du willst. Blöde ist, ich... Blöde ist, ich hab keine Ulti. Das. Ich brauch mal keine. Okay, drauf doch. drauf, drauf, drauf. Ja. Ey, ich meine Minions, Nick. Das ist voll assi, wenn du das machst. Nick, ich mein das ernst. Ja. Ja. Bei uns ist Alistar total gefiedert. Ist da. Naja, der spielt auch so vor, wie es aussieht. Ist nicht so schlimm. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Aufdings. Ash. Ash. Nice. Alter. Pass auf. Oh 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 oh. Bot. SS Bot, ne? Jaja. Oh man, ehält. Der ist doch scheiße. Oh, nix. Sag das doch. Ja, dann. Der hat schon 4 Tode. Ja. Nice. Boah, ich steh wieder 4-4. Ja, ich komm ganken. Der hat jetzt auch meine Ulti. Oh oh. Ne, der gank woanders. Boah. Ja, der gank woanders, wo es leichter ist. Hm. Ja. 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 Ich hab schon SS geschrieben. Die hole ich mir noch. Ja. 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 Nein. Ja. 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 Ja, das muss ja auch nicht so weit sein, echt. Ja, passt schon. Sind ihr alle on? 30 Minutes. Okay, Daniel. Okay. Den? Ja, das hat auch erst 21 und Ash 17. Fast. Ja, okay. Du müsstest einfach nur mehr Farmen haben als eure Day. Sky. Sky. Bei mir ist es nicht. Ja, bei mir. Ja, auch nicht. Was will Alvin? Zu verdeutlichen... SS-Spot. Oh, das ist ein Scanner. Moment, ich mach mal beschäftigt. Fuss mich einfach Alvin an. Vor allem Alvin. Du hast nichts mit denen zu tun. Ja. Ja. Äh, die kommen runter. Also, das ist ein Scanner. Ja, ich merk's. Und, äh... Seon auch. Dann kommen Dorfen runter. Ja. Komm, mach mal mal Dinger ziehen. Hä? Was geht ab? Ich geh hin. Mach mal nur Full-Tier wegen dir. Das ist nicht so super. Hau ihn. Ich hau ihn. Nein! Ich mach meinen Kuh noch und trotzdem... Ach, ich würde mich ganz entsichern. Ich baue mal 0-T. Ahhhh... 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 Passt ja wieder an. So, geht's rein. Ich geh in den Busch einfach. Ja, ich hab noch keine Boots. Oh, hallo. Oh, fuck. Mach weg hier. Ja, ich hab keine Boots. Stopp. Ich versuch's ja. Danke. Fail. Nice. Das macht er das gleiche nochmal. Nein, Minion! Was ist passiert? Du stirbst noch. Ja, wahrscheinlich. Ich zögere nur. Ja. Awww. Gut. Lass uns mal Alistar quallen. Jo. Oh, Mann. Ich hab mich nicht bewegen sollen. Ja, da kommt unsere Alistar. Ja, ich komm jetzt auch. Ich hab meinen Ulti auch ready. Er blitzt. Komm, 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 komm. Oh, Mann. Oh, Mann. Weiter, 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 weiter. Oh. Du hast ja kein Live-Leadsch. Nein! Scheiße. Dreifach-Tötung. Was sagt ich? Ich weiß nicht, was du willst. OP, Kyle. Okay. Okay, äh. Nix hier. Hier ist der. Zion. Ah, ich hab Blue und Red Buff. Das passt doch. Oh-oh. 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 Äh. Könnte Hilfe gebrauchen. Die Ulti war Fail. Was hast deine Ulti gezündet? Keine Ahnung. Ich dachte, wir kämen jetzt irgendwie nur Fett. Ja, Daniel. Oh mein Gott. Was bleiben. Die kommen alle. Das Spiel ist auch gefickt. Ja, ja. Die sind. Okay, Leute. Mehr Konzentration. Komm. Ja, die wollen den Tower, glaube ich. Ja. Nein. Hinten. Ja. So wie es er am liebsten mag. So wie es er am liebsten mag. Oh, ich hab endlich mal das. Nein. Ja, okay. Vielleicht nicht zu schlau. Vielleicht nicht zu schlau. Ja. Das ist mein Korn. Lass sie in Ruhe. Oh, Katharina. Ja, das sind immer noch viel zu viele, Mann. Ich geh mal kurz in die Mitte rein. Oh, alle schöne Fliegen können ziehen. Ah, nee. Ich geh zu viel. Daniel, was machst du da? Oh, oh. Oh, oh. Warte. Gut, klar. Ich komme nur entgegen. Ähm. Da bist du jetzt tot, oder was? Ja, war. Alter, nennt da nicht alle Arten rein. Ja, ich helfe dir sogar. Ab. Naja. War wohl nicht. Was ist das für uns dafür sorgen, dass wir das Gangzeug verlieren? Hat nicht damit gerechnet, dass wir stehen. Wir haben den. Wir haben den. So Tosh Komm her Tosh Komm, 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 komm Oh, Mann Du hast recht viele Linken Ich brauche Creeps Wann hol dir rein? Du bist bei Ebay Alter, wie scheiße sind das? Ich glaub's nicht, einen Vasaal Glaub ich den Blucher? Ja, ich hab ihn schon Abfauen, abfauen, abfauen Ja Ja Wenn die Mann zu fünft Eil dich, dann bist du schnell Ich weiß, nur da Hat er noch cooldown Der hat sicher auch mal am Boden Wieso hat sich alle mal am Boden Das ist Idiotensinn Was machst du da? Ja Soll Daher hast du nicht eins auf dem Scanner gemacht Äh Ich denkst du nicht? Ja Weil Ezreal hat dafür gesorgt, dass du deswegen den Kill bekommst Hehehe Ich glaub wir sollten mehr zusammen, oder? Ja, wir machen viel zu viel Ja, die Tork nimmt so fünf die ganze Zeit rum Viel zu viel So, wir machen jetzt Dragon Wir machen Dragon, aufpassen Nein, wir machen jetzt Dragon Ja, aber Ist grad Ash runtergelaufen Au, 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 au Uhhh, nein Ja, scheiße, Alter Ich glaub nicht, dass es viel bringt, wenn ich hier... Komm, drauf, drauf, drauf Okay, hier haben wir eine falsche Reihe Aber... 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 Aber Huka Das ist mies Oh, oh Neuuuun Nee, lieber nicht Geh, 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 geh Geh, geh, geh Geh, geh Geh, geh Geh, geh Geh, hau ab Nee Ähm... Irgendwie sind wir ja alle AD, ne? Geh, gehu, gehu, gehu Nein, natürlich, ich Ash will Die... Geh, hau ab 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 Ach, hau ab Ey, Mann! Was ist das? A.S.H.A.R.O.? Ja, A.S.H. Und irgendwie kloppen die... was halten mich noch kaputt. Aaaaaaaaaaaaaahhhhhh Immer noch, Dragon. Wieso geht da keiner hin? Ich wollte jetzt da hingehen. Ich gehe! Oh! Ja. Nooo! Was ist das, ey? Das ist aus hier. Das sind die Beises. Ich bin gleich da. Ach so! Volker, sag das doch. Ich dachte, wir wollen zu da hingehen. Das ist doch ein Omnikampf. Ja. Das ist ein Problem. Ja, ich dachte, irgendwie... Das ist ein Problem. Ach so, weil du so Tank bist. Ich dachte, die machen keinen Schaden. Ja. Äh... Soll ich mir eigentlich auch stärker der Dreieinigkeit kaufen? Karte. Wann der so viel Leben der Dreiein? Ja. Ja. Das Töte bringt ja Leben. Boah, das ist fies. Und Warmox. Immer top. Ich gehe top. Meine Lane. Da sieht's mir kurz aus. Ich bin schon daaa. Junge, auaab. Junge, auaab. Ich bin schon daaa. Ich bin schon daaa. Ja, schau mal kurz. Ja, das ist meine Lane, Junge. Wenn du unten keinen Farm kriegst, ist das deine Schuld. Schickt mich in die Schlappe. Ah. Ah! Ah! Wie ich Alistar lasse. So, wir hauen auf Ash und dann auf Katharina. Ja, ich bin jetzt gleich tot hier. Wir hauen ab. Jo. Wohin gehst du? Ah! Wohin gehst du? Ja, ich dachte, wie gehst du nochmal ab? Aber dann hab ich bemerkt, dass ich gar nicht sagen kann. Hehehehe. Hehehehe. Der war mega. Ja, sorry man. Hehehehe. Okay, der spielt doch irgendwie AP. Der ist reed. Hä, ist er doof oder so? Oh man. Ah! Wir haben viel CC echt. Wie viel CC haben wir? Zwei. Toll. Und drei, okay. Hast mein Ulti. Danke. Ja komm, geh halt die Wale auf mich, ey. Hör auf, was denn los? Oh, jetzt zielt der erstmal hin. Warte schon. Du bist immer Scheiße. Ich hab' das vergessen. Ja, das war' das Problem. Ja, das ist immer scheiße. Vergesst. Ja, ganz gut. Vergesst. Na gut, da kommt keiner. Da sollte das. Ja? Oh, fies. Ihr sollt es vergessen! Mann! Ich habe den Tod überwonnen. Ich habe den Tod überwonnen. Bleibt da noch nicht? Achtung, Katharina in der Mitte. Wo ist die? Hier in der Mitte war die. Ja, hier. Hier war sie. Hier. War der Mesh? Ja, da da im Busch ist. Ja, ja. Hier, hier, hier! Ja, was wollen wir mit dir? Ja, ich gehe weg. Ja, und da. Skarner, legendär. Auch nicht schlecht. Boah, der Cion ist fanky. Alle sind voll Denging. Das, ey. Das, ey. Oh mein Gott. Dann fliegt da so eine S-Wild durch. Ja. Ja. Bisschen. Ja, ich muss einen 4. Ich gehe mal topdeffen. Ach, da ist. Machen wir hier unten keinen Pfeil. Äh, ich gehe mal einen Quotspot. Ja. Boah, war Daniel schon durch. Oh Mann. Ja, die macht Rattracken. Boah, ne, die kommen hoch meines Erachtens. Mhm. Danke, Daniel. Oh, oh. Äh, lauf es. Lauf, 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 lauf. Oh, was will die? Ja, er spielt auch, ey. Ach, muss ein. Und dann. Auf was? Du bekommst jetzt meine Unbesiegbarkeit. Unbesiegbarkeit. Jetzt gehst du drauf. Lauf nicht. Komm, töte halt Katharina. Ja, okay. Geh ich nicht hin, ne? Warum stimmt die nicht? Weil keine Knei drauf hat. Eigentlich hatte sie aber... Was ist das denn? Hier ist mir wieder. Was? Loi. Fass. Was ist das denn? Was ist das denn? Ich geh hier weiter. Komm, nenne DOS, DOS. Ja, den hole ich mir noch wegen meinem E. Ja. Ja, nice Nice Äh, Mitte Ah Was für Tülle Oder lass Baron machen, geht schnell los On the way Was für Tülle 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 So, das hält aber gar nicht mehr lange an So, Tülle Nee, geh mal näher ran bitte Ja, ich wohne mit dir Nee, geh mal näher ran bitte Nice Hm, ich hab'n last time bekommen Äh So, ihr sportet euch Oh man, Blue Oh man, Blue Ah, da kommt Katharina Da steht Katharina, sag'n wir so Ey, der Ezreal ist voll der KS Oh ne Oh ne Soll ich mir eigentlich auch stärker oder drei Einigkeit holen? Weil ich hab' das als ähm Polis und Item 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 Achtung, Scanner Ne Ne, verdienst du nicht mein Ulti Der hat mich viel zu denkig Mann Hm Äh, Drang? Ja, der ist ja doch Außer nutzt bei Baron Denkt nicht, ihr habt den Buff und seid OP Nee, äh Es ist einfach etwas Golds, was wir wollen Ne, ne Oder das Ja, was wir wollen, ist das Liege zu fahren Oh, oh Äsch, äsch, äsch Geh' ich Porsche unten Nick, bist unten besiegbar Ja, über unten Ich kann hier hoch rein Ähm Och Nee Boah Achso Jetzt ist alles da Hat Arina Hat Arina Hat Arina He莫 Hefdoms Scanner da links Ich wieder Ich soll uns gerne helfen Äh Nein, ähm Helfen aber skarner tötten ja wenn er naja geht die zurück aus dem dinge weiss dann direkt dann beim nächsten tauch kriegt auch noch gehen wir zu den jahren Da sind noch 3 tot, 3 sind noch tot. Einer ist unten. Ja, krieg da. Alter, krieg da. Das ist wie letztes Game, wir pushen nur in der Mitte durch, ich weiss auf die anderen Lanes. Ja, ja. Achtung, Scan. Zurück, 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 zurück. Ja, die leben alle zurück. Zurück gehen und wir gehen links und zurück, ok. Also, top. Ne, geht mal zurück, ey. Ja, jetzt gehen wir. Die leben wieder alle. So, da haben wir wohl das Meister aus dem Baron. Glaub ich den? Oh, den nicht mehr. Na, oder? Ja. 440 Gold, echt. Ich hasse das. Ja, da muss ich warten. Ich würde irgendwas Gold rüberwerfen. Was soll ich denn verkaufen? Ich brauche das noch, was ich hier habe. Ich habe ein Gold, Alter. Jetzt geht das schnell. Okay. Okay. Daniela. Was macht der SVF? Oh, Daniela. Jetzt laufen. Jetzt laufen. Jetzt laufen. Oh. Da wäre auch eh noch ein Sein. Komm. Ja. Die sind noch nicht Level 18. Ja, auch nicht. Level 15. Wow. Was? Ja. Ich glaube, die sind die einzigen, die Level 18 und Warwick, ok. Sie fragen mich auch gerade was, warum ich so unterlevelt bin. Ich gehe mal in unseren Jungle. Ich gebe mir hier nach den schönen Döner um. Da hätte ich auch Bock. Leider habe ich hier keine Döner-Bugel. Für einen Döner wäre es mir jetzt viel zu heiß. Döner ist gut. Ja, schon. Also bei mir brennt die Sonne, ey. Wir wohnen im gleichen Land. Okay. Das ist eigentlich ein schlechter Grund, aber... Ja. Brennt die Sonne auch. Also... Haut ab, haut ab. Ich bin jetzt auch nicht da. Ich bin ganz weit ab. Und wenn Katharina kommt, auf Katha. Okay, auf Katha. Ja, super. Jetzt habe ich mich geblitzt, ey. Nee. Ah, der hat mich down gemacht. Lauf, lauf, lauf. Ähm, nee. Lauf, lauf, lauf. Lauf, lauf. Na. Ja. Ja. Ja, toll. Ist doch klar. Ja. Die, die warst du immer zu früh. Die muss immer machen, wenn jemand auf dich draufklommt. Und nicht, weil man wegrennt. Ja, ich dachte, er würde weiter auf ihn drauf gehen. Sorry, Mensch. Sorry, dass ich das falsch interpretiert habe. Ja, ja, weil das auch... War... War ein anderes auch mal öfters. Haha, alle einfach mal bekommen. Wotthauer. Ja, die leben wieder fast alle. Okay, Drake. Los. Äh, Katharina. Haha, da kommt der Ashto. Ulti schon wieder. Ja, die... Der trifft irgendwie nie mit seiner Ulti. Wir machen jetzt einfach, Drake. Ja. Ja. Und Baron. Ein Strippel-Buff. Ja. Nee, sag an Ezreal. Oder wer hat das... Nee, nee, ich war das. Ich war das. Damit der Ezreal mitkommt. Boom, 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 boom. So, und... Wotthauer. Boah, wir gehen hier aber auf der Map hin und her. Oh, es kann. Wird schon nix gar, ne? Ich einfach mal über die... Über die Wand drüber. Du, du, du. Das ist Katharina gewesen. So, jetzt hab ich wieder meinen Trippel-Buff. Haha. Ah, da ist Katharina. Oh, der Hände. Oh, die Hände. Oh, die Hände, holen wir dir. Ja, lass ihn der nebenher erstmal. Und... Wotthauer. Au, und... Wieder Wotthauer. Haha. Das ist jetzt... Und Sion! Oh, sorry, Nick. Und Nexus. Und Team. Und Dance. Gewonnen! Gewonnen! Oh, mega!